Hey Leute und viel Spaß mit einer weiteren Folge von Minecraft Ice Cream Sky Wars Ich fach gerade ein bisschen verwirrt Ich wollte erst die Map nennen Dann hätte es geheißen Minecraft Ice Cream Und das wäre ein bisschen falsch gewesen Aber egal Die Schuhe natürlich Alles full iron Da wäre ich fast runtergefallen Dank einem kleinen Mini-Lag Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut Konnte man auf jeden Fall mal machen Aber ich bin auch wahrscheinlich der Einzige, der in der Mitte ist Ah, da ist die auch Und dann bin ich auch voll dir Das erste Mal seit langem wieder Glaube ich Dann gehe ich einfach mal ein bisschen nach oben Kann mich sortieren So und so Ja Kann man machen Da hat auch jemand Suppen am Start Habt man gesehen Ich hoffe mal Das wird jetzt für mich Nicht einfach zum Nachteil Weil ich glaube Suppen sind stärker Als Goldäpfel Und dann tränke Je nachdem Wie man es natürlich kann Und inwiefern die Suppen Aufgebraucht sind Ähm Der nächste ist da Also immer der Docht macht Weiß nicht ganz genau Was er vorhat Das Ding Hat er Suppen Er hat Suppen Er hat Suppen Er hat Suppen Er hat Suppen Hä? Ich hab doch einen Hammer geplaced Oh nein Da ist noch einer Tschüss Ne 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 Also Da verstecke ich mich mal kurz Ähm Ich könnte mal Lava wieder Hallo Ja du willst jetzt super witzig sein Alter Tschüss Komm 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 Bitte 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 Als Or Willkommen Zur zweiten Runde Von Minecraft Skyros Das jetzt gerade war schon Ein bisschen bitter Aber Ich hoffe diese Runde Wird jetzt besser Und da ich die Enderperlen Nach Möglichkeit Dann nochmal richtig werfe Ich werfe die irgendwie Immer nur schräg nach oben Ich weiß auch nicht warum Aber gut Manchmal funktioniert Manchmal auch nicht Suche jetzt einfach hier vorne Noch gute Sachen zurück Ich hab kein Holz Dankeschön dafür Jetzt kann ich mir Eine schöne Diabrust machen Aber nö Das Spiel denkt sich so Ne Diabrust ist überbewertet Und Du machst einen Abgang Hier ist nix Schade Ich bräuchte Holz 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 Auch kein Holz Ach man Oh Hat der bessere Sagen Der hat bessere Sachen Der hat leicht bessere Sachen Aber dafür Rechen jetzt ein Kombo Eher Tal Tränke Ich hab ne Idee Ne okay Ich hab keine Idee Versuch jetzt Oh nein Tschüss Also Komm 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 Nein 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 Bitte Ich mach mal kurz Weniger Ich mach mal kurz Den Der so ein bisschen Faut Weil ich keinen Bock habe Jetzt zu verlieren So Nein Oh mein Gott Ich konnte mich grad noch So safen Nein Du griffst mich nicht Mann Nein 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 Mann So Willkommen Zur dritten Und damit auch Letzten Runde Für heute Diesmal auf der Map Stonehenge Wie ich grad da Durchgeblumst bin Kann man ja Keinem zeigen Ich hoffe jetzt Da ich einfach Diese Runde Besser Meister Werde Aber irgendwie Ist immer die Enderperle schuld Immer die Enderperle Die mich dann Verlieren lässt Okay Einmal hier hinbauen Okay Er hat ne Diabrusplatte Er hat ne Diabrusplatte Und er war verwirrt Hier ist noch einer Aber der kriegt mich nicht Der kriegt mich nicht Wollt noch mehr kommen Danke Es ist ein bisschen dunkel Aber ich kann es jetzt Gerade nicht ändern Höchste Priorität Ist jetzt gerade einfach Da ich mal kurz Ein bisschen recken kann Vor allem weil Dahin schon wieder Einer kommt Wie viele wollen denn Noch kommen Ups Nein Bei einer Bei einer Vielen Dank. Vielen Dank.